Genug ist genug. Die Republik ist die einzige Hoffnung auf Frieden in der Galaxis. Sie darf nicht fallen. Doch das Sith-Imperium vernichtet alles, was seinen Weg kreuzt. Der Feind kennt keine Gnade. Wenn wir ihn nicht aufhalten, ist alles verloren. Bei diesem Krieg geht es nicht um Politik oder Ressourcen. Wir kämpfen ums Überleben. Um unsere Freiheit. Für die Republik! Los, Medigo! Tranquieren Sie! Droh! Verweilen Sie! Die Republik! Entsuchen Sie! Oär! Entsuchen Sie! Gratul! Zache! Na ein Fakt! Ja wieder! Ah! 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 Ah, 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 ah! 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 ARD Text im Auftrag von Funk Sprecher von Funk Mit jedem Kampf lichten sich unsere Reihen. Und die Überlebenden zahlen einen hohen Preis. Aber wir wissen die Macht auf unserer Seite. Wir werden niemals aufgeben. Und wir sind nicht allein. Die lange Nacht ist bald vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017